Hallo und Tüdelü zusammen. Willkommen zu einer neuen Runde hier in I am Future. Wir haben beim letzten Mal wieder ordentlich Gebiet freigeschaltet. Und das wollen wir uns heute mal ein bisschen angucken. Jetzt wird es doch gerade Abend, das passt. In der Nacht fliegt er nicht, aber am Abend fliegt er noch, Gott sei Dank. Wir brauchen dringend Altmetall, nach wie vor, denn sonst können wir unsere Säge nicht verbessern. Dafür brauchen wir nämlich Metallrohre. Und ich hoffe, wir finden jetzt unterwegs welche. Spielhalle. Klünderer haben die Spielhalle ausgeräumt, aber in ihrer Eile vielleicht etwas Brauchbares vergessen. Die Decke ist schon fast gänzlich eingefallen und das Gebäude sowieso. Da ist die Kristallkugel, die wollte der ja haben. Hier der. Können wir dem die schon geben oder müsste ich dem alles gleichzeitig geben? Da haben wir Kristallkugel nicht dabei. Und ich habe schon nur ein halber Zauberer gefüllt, aber jetzt ist das vorbei. Wunderbar. Bitte finden alles, wonach ich gefragt habe. Eine Kristallkugel, ein Mikrochip und eine Batterie. Ja, Mikrochip und Batterie habe ich sogar zu Hause. Oh, guck mal hier. Oh, guck mal hier. Das brauchen wir. Noch besser als Altmitte. Wobei, nee, stimmt nicht. Wir brauchen nämlich auch noch Nägel. Jawohl. Da ist er ja. Nehmen. Dafür brauche ich die größere Fläche. Da muss ich den nämlich auch noch viel verbessern. Und ich glaube, das muss ich dann nämlich auch machen, damit ich hier diesen ganzen Kram kriege. Oh, nein. Ich habe zu lange gebraucht. Oh, nee, ich habe nicht genug Batterie dafür, für diese Strecke. Na komm, wir gucken mal, was es hier gibt. An der verlassenen Bushaltestelle. Viel Akku hat er ja nicht, ne? Wollen wir mal ehrlich. Oh, Marmeladen-Sandwich. Geil. So, dann mal schnell zum Dach zurück, bevor er gleich keinen Sprit mehr hat. Also viel hat er ja nicht an Lade-Möglichkeit. Wir müssen mal gucken, ob wir auch den verbessern, ne? Verbessert kriegen. Ja, es gibt so viel zu tun hier in diesem Game. Das ist Wahnsinn. Aber das hält dann auch ein bisschen bei der Stange. Ein paar Sachen sind nervig, wie das mit diesem Ungeziefer immer. Das ist ziemlich läppsch. Aber hier kann ich nichts verbessern. Nee. Hm. Vielleicht irgendwie nochmal hier irgendwas. Muss ich mal schauen. So, zumindest haben wir jetzt aber nochmal was Altmetall. Komm, wir nehmen uns einen Schluck Kaffee. Und wir haben einen Marmeladen-Sandwich. Ich glaube, das muss ich auch mal machen. Da muss ich bestimmt dieses Brot mit der Marmelade kombinieren. Hier ist Brot. Trinkflasche müsste ich da mal wieder herstellen. Hm. Aber sonst... Was kann das denn? Wie viel gibt das denn? 60! Meine Fresse! Da muss ich ja kaum noch was essen. Cool. Echt cool. Haben wir denn jetzt genug? Die Nägel natürlich. Die fehlen noch. Dürfte ich jetzt aber auch noch herstellen. Jawohl. Da-da-da-da-da! Endlich! Endlich eine Verbesserung. So, mal gucken. Oh, jetzt kann ich hier alles platt machen. Mega! Ich muss mich hier dringend noch bauen. So, das war der für die Bohlen. Ich brauche aber noch mehr. Ich muss noch mehr bauen. Die kleinen Racker hier und meine kleinen Helfer sind doch echt zügig. Ist auch gut so. Warte mal. Ups. Dann machen wir erstmal das hier weg. Als kriege ich hier schön Metallrohre. Mensch, was hätte ich die schon die ganze Zeit gebrauchen können? Nein, den habe ich die ganze Zeit laufen lassen, schlauerweise. Ey. Rinder. Rinder. So. Palalalatz. Ich finde das schön, ich mache das immer so abwechselnd. Metall, Bolzen, Metall oder Bohlen. Ich sage mal noch Bolzen, ne? Zack. So, dann kann er nämlich jetzt weitermachen, der Kleine. Ich glaube, der hatte nämlich, der ist es nicht, der Antonio war es. Der hatte nämlich jetzt alles voll und konnte überhaupt nicht mehr arbeiten. Da unten ist er. Da unten ist er. Keinen Speicher ausgewählt. Das machen wir auch ganz einfach so. Da muss ich nämlich nicht extra mal ein Ziel auswählen. Das reicht ja hier, wenn ich jetzt den Speicher auswähle, dann hat der nämlich schon direkt vor Augen, was er machen soll. Nehmen wir mal alle. Ah, der ist schon voll. Okay. Und ich glaube, hier muss ich auch mal wieder auffüllen. Ja, aber dicke. So. Wie, kein Speicher ausgewählt. Geht's auch immer noch im Kopf oder was? Ich habe genug Speicher ausgewählt hier. Ach, du spinnst wohl. So. So. Ah, jetzt ist es dunkel. Super. Was können wir hier eigentlich holen? Der zweite Ecomarch, den wir gefunden hatten. Programmierbarer Kern. Ja gut, den kriege ich aber auch bei Stan. Die Lichterkette. Cosmopunk. Was ist das? Keine Ahnung, was das ist. Ich muss so einen Glaskolben kaufen. Ich glaube, das kann ich. Ich habe davon genug. Und das dürfte Kaviarz sein. Ich glaube, das da hier kann ich mir tatsächlich kaufen. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich kaufe es mir jetzt. Kleiner. Ach, was mir gerade einfällt. Apropos im Weg. Kann ich das jetzt endlich wegmachen? Na, endlich. Na, endlich. Das war so nervig, das Ding. Das ist das Falsche. Ne, das gehörte zusammen. Gott sei Dank, es ist weg. Welch Wohltat, hier jetzt mal endlich Platz zu machen. Mit dem ganzen Gerümpel. Vor allem kriege ich jetzt schön Altmetall dadurch. Nein, ich habe das Einkaufen nicht vergessen. Guck mal, jetzt kann ich auch alles wegmachen jetzt. Oh, geil. Oh, ist das gut. Platz. Oh, Leute, mir geht einer ab. Jetzt kriege ich den ganzen Scheiß hier endlich mal weg. Guckt euch mal an, wie viel Platz wir hier jetzt gleich haben. Und dann können wir absorbieren, füßig steuern. Flaschen haben wir jetzt genug. Wenn nicht, machen wir uns halt mal welche. Boah, ey. Leute, guckt euch das an, wie viel Platz jetzt hier ist. Endlich. Endlich. Gucken, was wir noch alles wegmachen können. Ah, es wird etwas zu heiß. Ich glaube, den Bohrer muss ich auch immer mal verbessern noch. Oh, genial. Hier habe ich, glaube ich, schon fast alles weggemacht. Außer das da. Boah, ist das gut. So. Die Angel. Und, ah. Ja, sehr gut. Ja, dann besorgen wir uns das jetzt nämlich wirklich direkt. Weil, das ist auch schon unsere nächste Möglichkeit, etwas zu verbessern. Warte mal, ich hatte hier doch auch noch Mondknollen. Genau. Ich glaube, 20 waren es, die da wollten, oder? Oder waren es noch mehr? 14 sogar nur. Nee, nicht mehr eintauschen. Dankeschön, Dankeschön. Darauf eine Mondknolle, Leute. Okay. Ähm. Braucht ich denn noch dafür? Ich glaube, ich habe alles da. Genius. So, es fehlt nur noch diese starke Angelschmur. Fundortdach. Das heißt, wir müssen uns wahrscheinlich einen neuen Bereich irgendwie frei machen. Dass wir die auch noch kriegen. Oh, guck mal. Jetzt kommen die auch alle weg. Und ich habe so viel Altmetall jetzt. Ich bin so happy. Über Altmetall. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt. Nein, Quatsch. Ähm. Das. Das. Diese schwarze Zeug packen wir mal mit hier rein. Ich weiß immer noch nicht, was es ist übrigens. Ah, warte mal. Das kommt auch direkt mit da rein. So. Ja, wenn wir jetzt so viel haben, dann, äh, hauen wir jetzt auch mal ordentlich rinnen hier, oder? Super. Auf jeden Fall werde ich hier sowas von umdekorieren, umrenovieren, beziehungsweise nicht dekorieren, renovieren. Das kann ich mir auch wegmachen. Alles weg hier. Bebs. Weg ist es. Ja, ich bin glücklich darüber. Reparatur. Ach Gott, da kam was hin. Scheiße. Dann muss ich... Warte, bevor ich das mache, das wäre doch nicht doof. Erstmal Geld leer. Pack ich dich mal da hin. Wie? Ach so, hab ich liegen lassen. Da war was. Das hab ich gar nicht gesehen gehabt, dass da was war. Und ich baue da einfach drüber. Was brauchen wir denn alles Schönes? Metallrohre, die ich natürlich jetzt gerade alle weggepackt habe. Was ist das denn? Eine Pumpe. Bei Agathas Megamarkt. Okay. Okay. Interessant. Boah, hier kann ich jetzt ordentlich ernten. Alles bis auf die Mandeln. Die sind noch nicht so weit. Hm, ein Beet fehlt. Nehmen wir denn da Schönes. Oh, einmal davon. Das würde ich auch mal wieder gepflanzt kriegen. Natürlich brauche ich wieder Wasser. Ich sehe jetzt schon, es ist wieder nichts am Pumpen hier. Das wäre gut, wenn mir so ein Roboter mal Wasser holen würde. Solange ich noch Wasser habe, ich weiß ja nicht, was hier passiert mit dem Wasser. Irgendwie geht das aus irgendwann. Das ist komisch. Vielleicht wechselt sich das ja ab. Vielleicht wenn das eine voll ist, ist das andere wieder leer oder wie auch immer. Keine Ahnung. Aber ich muss ja jetzt gar nicht mehr so eng gehen. Das ist so genial. Wie fleißig der ist. Ah, hier ist kein Metall. Scheiße, hier kommen Bohlen rein. Na egal. Kannst ja noch umstellen, wenn ich später will. Äh, Wasser kochen sollte ich mal. Also zum Abschalten ist das Spiel wirklich super geil. Man kann hier so ganz in Ruhe ohne große Action äh, ja, Sachen auseinander bauen, zusammenbauen und so weiter und so fort. Und das macht schon ziemlich Laune. Mir zumindest. Ich sage ja, es ist nicht für jeden was. Das weiß ich auch. Da haben ja auch schon ein paar geschrieben. So, na, ist ganz nett, aber nicht so meins. Hey, das kann ich voll nachvollziehen. Nicht jedes Spiel ist für jeden was. Und ich glaube, das hier ist auch eigentlich mehr so ein Spiel, dass wenn man es wirklich spielt, macht es mehr Laune, als wenn man, glaube ich, nur zuguckt. Könnte ich mir vorstellen. So, du olle Zippe. Jetzt kommt die natürlich noch viel besser zu mir. Scheiß Vieh. Aber ich will ja eh umbauen. Nur hier oben, da geht es irgendwie nicht. Da will irgendwie, aus irgendeinem Grund kann ich hier oben keine Beete, ähm, also hier nichts wachsen lassen. Bauen kann ich sie hier schon. Das ist nicht das Problem. Und obwohl alles da und verbunden ist, kann ich aber hier oben irgendwie, ich habe das mit dem Wasser nicht. Ich weiß nicht, wieso. Ich habe es nicht verstanden. Ja, gute Flaschenopfern hier. Interessant ist ja auch, dass der Kleine hier überhaupt nichts von sich weiß. Also hier, ne, mein Protagonist, er hat ja Erinnerungslücken und weiß jetzt nur so ein Bruchteil ein bisschen was, was sie in seiner Jukebox erzählt hat und seinen Kühlschrank. Ja, wenn man sonst niemanden hat, ne, dann redet man mit denen. Ähm, aber er weiß noch genau, wie man hier solche Sachen auseinanderfriemelt und alles. Also es ist schon sehr interessant. Oh, hier hat er auch schon was. Irgendeine Teilkonstruktion. Den Judenstuff hier. Nein, ich habe leider kein Sprüh, Sprühzeug mehr. Sprühzeug. Aber ich glaube, ich kann jetzt hier vorne den Weg freimachen. Oh ja. Hier. Mal gucken, was wir hier noch finden. Ja, Freiheit. Und nix da. Außer Abgrund. Jetzt habe ich keinen Platz mehr für verschiedene Dinge. Aber ich sehe jetzt auch keinen Bauplan oder sowas. Speichermodul. Ich glaube, das ist auf der Dachseite dann alles. Ich glaube, ich muss dann wirklich dafür sorgen, dass ich diese Brücke fertig baue, damit ich da weiter rüberkomme. Gut, da sind wir ja dran. Wir sind ja dabei, schon wieder schön Metallkonstruktionen herzustellen. Aha. Coming soon. Ja, es ist ja auch immer noch ein Early-Exit-Spiel, glaube ich, soweit ich mitbekommen habe. Und von daher sind so ein paar Sachen halt noch erst im Kommen. Ist aber auch in Ordnung so. Weil so bleibt es ja wenigstens spannend, finde ich. Hm. Kaffee haben wir uns auch schon schön was angesammelt. Komm, wir essen das jetzt. Batterie wieder fast leer. Ja, der Batteriestand, der ist noch nicht so optimal. Der geht doch recht schnell bei den kleinen Kerlchen hier leer. Boah, wir haben jetzt so viel Altmetall. Das ist super. Brauchen wir ja auch. Wichtig. So, ich wollte noch mal gucken, was brauche ich noch mal alles für die Brücke? Oh, die Schaumstoffplatte. Ja, da muss ich erst wieder was verbessern und Bohlen. Bohlen habe ich ja jetzt eigentlich reichlich auch da, dank meiner kleinen Freunde. Es ist blöd, dass er sich nicht zwei gleichzeitig aus dem Regal holen kann. Man muss erst mal eins wieder auf den Boden schmeißen, bis man das zweite oder halt ablegen, also aus der Hand legen, bis man das zweite da rausholen kann. Das liegt jetzt wieder rein. Ich brauchte ja auch nur einen. Toll. Egal, wir brauchen bestimmt noch ja hier für was. So, die Schaumstoffplatte, warte mal, die konnte ich glaube ich irgendwo auch herstellen. Wo war denn das? War das hier? Nein. Irgendwo war das. Ach nee, ich weiß wo. Das war hier. Irgendwie ist er heute nicht sehr zugig. Achso, nee, der Typ, der sammelt das ein. Hier, mein kleiner Freund. Der legt das in die falsche Truhe. Der sammelt jetzt einfach alles ein, was er findet. Ja. Ja. Nett von ihm. Aber unnötig. Gucken wir mal, wofür wir Metallkonstruktionen noch so brauchen. Ich meine, da wären noch ein paar Sachen gewesen, oder nicht? Können wir bestimmt noch mehr verbessern hier. Warte mal, hier ist da auch noch sowas, so ein Ausrufezeichen. Vielleicht können wir hier irgendwas machen. Nee, wir können nur runterfahren. Weil hier dieses Ausrufezeichen ist, war ich der Meinung. vielleicht ginge da was. Ja, vielleicht gehen wir erst mal zu Agatha, äh, nicht zu Agatha, zu diesem Zauberer und bringen ihm seinen Scheiß. Das wollte der noch mal ein Mikrochip bei sich noch. Was, was andere? Batterie, ne? Ich hoffe, es ist die richtige, weil es gibt ja auch eine bessere. Die ist auch wieder empty. Es würde mich freuen, wenn er nicht rund um die Uhr hier spritzen würde, sondern wirklich nur dann, wenn die Pflanzen auch wirklich durstig sind. Aber okay. Ich hoffe, er ist jetzt wieder gut geladen. Sieht gut aus. Ziemlich gut sogar. Yay. Okay. Äh, wo war er denn? Hier der Zauberer. Da. Ein Freizeitpark. Wo auch sonst? Vielleicht noch ein Zirkus. Mikrochip für dich. Wunderbar. Ich habe Batterie für dich. Wunderbar. Oh, mein lieber Grünschnabel, du hast diesen alten zum Leben zurückgebracht. Dir gebührt mein unbändige, meine unbändige Dankbarkeit. Aber verschwinden wir schleunigst von diesem düsteren Ort. Ich glaube, ich höre die klappernden Kiefer dieser verdammten Egel. Oh nein, diese monströsen Elektrosiden sind überall. Im Gras, unter der Erde, am Wasser. Ah! Sie hocken in den Bäumen. Oder war das nur ein Blatt, das vom Ass gefallen ist? Wie auch immer, ich will hier nicht länger als nötig bleiben. Feiern wir uns, mein König. Okay, habe ich den jetzt mit, ja? Ich habe es befürchtet. Ich dachte, ich kann mal den einkaufen. Wir müssen jetzt mal gucken, was das für ein Gerät ist. Was für ein Typ sich jetzt in ein Gerät verwandelt hat. In was für eins. Wo ist das Gerät? Oh Gott, das ist er. Tatsächlich, das ist ein Typ. Naja, nicht richtig. Das ist halt so ein Puppenkopf, ne? Aber hey, es kommt, es kommt einem Menschen ziemlich nahe. Man fühlt sich nicht mehr ganz so allein. Ich spüre hier eine düstere Aura, das gefällt mir gar nicht. Oh nein, mein lieber Freund, ich spreche nicht von deinem wundervollen Zuhause, ich meine die Ladeplattform. Können Sie mich an einen besseren Ort bringen? Am liebsten einen, wo meine Chakras sich entfalten können und ich eins mit der Unendlichkeit werden kann? Ja, ganze Haar. Ja, ja. Warte, ich muss das so machen, ich weiß. Nein? Wie bewege ich den denn jetzt? Ja, ich will ja. ich will ja. Aber irgendwie geht das nicht. Ja, ich will ja, aber der kommt ja nicht mit mir. Oh. Wieso kann ich das hier, ah, hier kann ich es zerlegen. Okay. Ja, wie kriege ich dich jetzt hier runter, mein Freund? Wie habe ich das denn mit den anderen nochmal gemacht? Charaktere, Postpro. Ah, so mache ich es. Okay. Sag ich seinen Namen überhaupt richtig? Ich denke nicht. Passt ja hier hin, ey, leider nein. Wo packe ich dich denn mal hin? Ich will nicht zu den anderen packen. Pack dich einfach hier hin, oder? Meinst du? Vielen Dank, mein mutiger junger Mann. Dank dir kann die Show weitergehen. Lustigerweise erinnerst du mich an eine der einflussreichsten Persönlichkeiten in Kosmopolis. Lass mich raten, nicht zufällig Lucius, oder? Ah, das ist Lucius, genau. Doch, genau, der Chef von Unicorp. Weißt du, ich bin sozusagen sein Fan. Schau, ich habe sogar ein Foto. Du siehst ihm nicht nur ähnlich, du und direkte Lucius seht aus wie Zwillinge. Ist das eine Art Zaubertrick? Du bist schon der Zweite, der mir das sagt. Prospero, Prospero. Gute Güte, es ist eine Ehre, von meinem Idol gerettet zu werden. Habe ich schon erwähnt, dass ich ein riesen Fan bin, Ben, Ben, ich bin, ich habe fast einen ganzen Luxus-Klasse-Androiden-Körper, der von deiner Firma hergestellt wurde. Kann ich ein Autogramm haben? Direkt hier auf dem Foto. Ich habe keinen Stift dabei. Darf ich mit Motorhöhle unterschreiben? Ich möchte bescheiden sein. Ah, grazie. Das alles hier hast du allein erschaffen, das ist beeindruckend. Ein Zuhause ist eine echte Oase. Ich würde es sogar eine Arche für Überlebende nennen. Verstehst du, was das bedeutet, eine neue Siedlung? Und was völlig unabdingbar für eine neue Siedlung? Ich werde das halt mit Elektrizität zu tun. Ohne sie könnte sogar ein Magier wie du keine zwei Worte zusammenbekommen. Was meinst du mit Elektrizität? Ich rede von einem, einer Einwählungsparty. Wir werden richtig groß feiern und ich helfe dir beim Organisieren. Du brauchst definitiv professionelle Hilfe. Vom größten Partylöwen aller Zeiten. Ich weiß als einziger, wo man die zauberhaftesten Spiele findet. Das ist der beste Partyspaß. Nun, Licht meines Herzens. Verstehst du, wie viel Glück du hast? Bitte sag mir, dass Cosmopoly nicht auf der Liste steht. Ich möchte, dass diese Siedlung so lange wie möglich friedlich bleibt. Eine Runde Applaus. Trommelwirbel, bitte. Dieser Moment wird in die Annalen eingehen. Aber bevor wir mit der Show starten, musst du noch diese drei Familienspiele finden. Oh, jetzt habe ich zu schnell geklickt. Oh, du hast meinen Gedanken gelesen. Ich schwöre, du wärst ein hervorragender Mentalist Lucius. Und was sind das jetzt für Spiele? Wickelturm, Cartridge, Cosmopo, okay. Irgendwelche Cartridges. Ich weiß nicht, was das ist. Na ja, wir werden es schon irgendwann finden. Bestimmt. Und Dunkelheit, die mich umgibt. Okay. Ja, ich war schon eine ziemlich berühmte Persönlichkeit, will ich mal meinen, hier. Also hier mein, mein kleiner Charakter. Was, du jetzt wieder? Nix mehr zum Aufheben, das kann ich mir kaum vorstellen. Das kann ich mir wirklich kaum vorstellen. Wie ich hier gerade gewütet habe, ist hier bestimmt noch was. Nein, da sind Drecksviecher. Oh nein, hier sind überall Drecksviecher. Scheiße, ich muss überall WCH, weg. So auch ihr, ihr schleimiges Gesinde. Die nerven wirklich. Oh, ich hab Mandeln. Eine wichtige Zutat für viele Gerichte. Als Energieriegel macht sie satt und kann sogar als Milch Alternative behalten werden. Wenn es keine Kühe gibt. Ich mag Mandelmilch tatsächlich sehr gerne. Dazu muss man nicht mal vegan sein, ich bin nicht vegan. Aber ich mag die. Ich find die ist lecker. Und Mandelsamen hab ich direkt dazubekommen, und das ist doch toll. Ich hab auch ordentlich Mandeln bekommen. Das lohnt sich ja richtig. Gucken wir, was wir damit machen können. Mit unseren leckeren Mandeln. So, wozu könnten Mandeln denn passen? Wahrscheinlich zu nichts, was einfach so hier ist. Da muss ich wahrscheinlich irgendwas kochtes schon nehmen oder so. Vielleicht mit der Mondknolle? Nein, natürlich nicht. Ich hatte auch nicht wirklich mitrechnen. ein Mandelsalat. Nein. Gibt ja sein können. Fisch im Mandelmantel. das geht, aber da fehlt noch etwas. Da fehlt noch etwas. Vielleicht Fischöl. Hätte auch komisch geklungen, oder? Vielleicht das da. Es fehlt noch eine Zutat? Was? Wie kann das denn nicht sein? Ich brauche dafür eine bessere Küche? Ich brauche dafür viel Kohle vor allem. Okay. Okay, ich weiß noch nicht, was ich mit den Mandeln machen kann. Wir werden es schon noch rausfinden. Demnächst. nicht richtig, warte mal. Okay, hier ist es auch schon ordentlich voll. Ja, wir müssen auch dringend wieder kochen. Spätestens jetzt, weil jetzt habe ich nichts mehr zu essen hier auf Tasche. Ey, geh weg. Ekel. Ekelsvieh. Bäh. Jetzt mal ernsthaft, die sind scheiße. Die Drecksviecher. Mag die nicht. So, hier, das muss ich nämlich verbessern, um diese Schaumstoffplatten zu bekommen. Ah, und dafür war auch dieses Speichermodul da. Ja, genial. Komm, das machen wir noch ganz schnell, bevor wir jetzt gleich beenden. Äh, was war das jetzt alles? Scheiße. Ah, da war doch das Speichermodul. Das da. Was noch? Eine Matrix fehlt uns noch und ein Lösungsmittel. Lösungsmittel habe ich glaube ich da, aber eine weitere Matrix dürfte mir weitgehend fehlen, glaube ich. Ja. Und ich glaube, die muss ich finden, ne? Oder mir eintauschen. Ne, die kann ich herstellen. Mit einem Mikrochip. So war das, genau. Hat uns ja letztes Mal gefehlt. Ich glaube, die Zeit bleibt stehen, wenn ich hier irgendwie rumfriemel. Die bewegt sich immer nicht mehr. Tada! Verbessert! So. Und jetzt gucke ich, dass ich so schnell es geht. Genau. Plastik habe ich Gott sei Dank arschig viel. und ich nehme erst mal die 50. Ich weiß ja gar nicht, wie viel da reinpasst. Aber das macht so ein Drecksvieh. Verende. Ja, genial. Wie lange braucht das denn? Achso, ich sollte das auch auswählen. Okay, drei Minuten. Ah ja, ist halt so. Das sind so scheiß Dinger, ehrlich. Ich hoffe, ich finde irgendwann mal was, wo ich diese Mutterpflanze mit platt kriege. Weil das ist ja echt übelst nervig. So, aber auf jeden Fall werde ich hier jetzt Offscreen ein bisschen umdekorieren, weil ich muss hier dringend, dringend meinen Zaun und meine Beete jetzt bauen. Dann komme ich jetzt nicht mehr drüber rum, wie es aussieht. Oh Gott. Wurden die jetzt leer gegessen? Die haben meine Mandeln, glaube ich, gefuttert. Kann das sein? Ah ne, die habe ich noch hier. Oh Gott. Aber die haben hier irgendwas hier weggefressen. Ich war nicht, ich war nicht aufmerksam genug. Scheiß Viecher. Ja, also Zaun muss sein. Leute, kommen wir nicht drum rum. Jetzt wird hier Ordnung geschaffen. Jetzt, wo wir hier Überblick haben. Na, wenn es euch denn heute gefallen hat und das hoffe ich doch stark, dann zeigt es mir doch gerne mit einem Däumlein nach oben und um nichts zu verpassen, abonniert gerne meinen Kanal. Mal schauen, was wir hier jetzt demnächst noch schaffen werden und wie ich hier umbauen werde. Das seht ihr dann, werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Mal gucken, ob ich auch zwischendurch nochmal angeln gehe. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ansonsten wünsche ich euch heute noch einen schönen Tag und bedanke mich herzlich fürs Zusehen. Bis dahin, eure Natzen. Bye, bye. Bye. Vielen Dank.